Das ist der kleinste Mercedes in der Welt, ja? Was ist ein Mercedes? Brabus, ja? Kennen Sie Brabus? Meine Damen, das ist ein Brabus. Kennen Sie einen Brabus? Ja. Hier steht das. Was ist das jetzt hier? Ein Brabus. Ja, das ist ein Tuning-Auto, kennen Sie? Ein Tuning-Mercedes, ja? Das ist ein Brabus, der kostet 20,000 Euro. Ja. Ja. Und, äh, äh, kennen Sie hier? Lorenza, ja? Kennen Sie hier? Lorenza, ja? Ja. Okay, meine Damen und Herren.